So Leute, ich habe aus Spaß, so just for fun, also ich habe von der Arbeit diesen Elektromotor bekommen, der, hier ist die Abdeckung hier eben, der hier 5,5 kW hat und ich tue jetzt aus Spaß an meinen, steht das hier irgendwo, nein, an meinen 2,2 kW Frequenz am Richter angeschlossen und ich möchte aus Spaß ausprobieren, ob das funktioniert oder nicht, gerade sind schon recht dick, also dick als die hier und ja, mal sehen, was machst denn du hier, Leon, ich fick dich, äh, fick dich selbst, äh, auf jeden Fall mache ich jetzt hier auf, Watt, also hier ist Watt, ich sag mal das mal an, also ich habe keine Ahnung, was gleich passiert, am Ende fliegt die Sicherung und das macht ganz laut, bumm oder so, keine Ahnung, natürlich nicht, 2 Watt, ähm, machen wir erstmal, also F heißt Frequency, erst mal 10 Hertz, also so circa, schauen wir, was abgeht, keine Ahnung, was gleich abgeht, äh, als ob das funktioniert, was, Junge, nur 40 Watt, äh, als ob das läuft, weil ich mach mal mehr, einmal, looky, looky, machen wir, was gleich abgeht, mach mal 50 Hertz, was eigentlich eigenes hier, 50 Hertz, also, hier ist ein Fahrrad, was war der Füge? easy das hätte ich jetzt echt nicht erwartet 5,5 kW hat er und er zieht nur 300 Watt ca alles klar